Ich hab Gold und Platin im Tresor und trage nur Klamotten von Ruge, Boss und Dior Doch wenn ich dann vor dir steh, dann trage ich nur ein Bettlein Damit du hoffentlich den wahren Menschen in mir erkennst Ich fahr ne Porsche und ne Auto A4 Doch willst du mich sehen, dann fahr ich mit dem Fahrrad zu dir Geld ohne Liebe, nein, ich will das verhindern Tausend Frauen hängen mir nur wegen der Kohle am Hintern Keiner weiß was geschieht, doch ich schreib dir einen Brief, 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 Brief Und da steht alles drin, was ich dir je sagen wollte Keiner weiß was noch wird, keiner weiß was geschieht Doch ich schreib dir einen Brief, Brief, Brief Indem ich alles sage, was ich dir noch sagen wollte, aber mich nicht traute Irgendwie sowas in der Art, ne? Ja, Mann Also voll in der Luft, in der Huxel, voll die Luft noch, wo der Beat wirken kann Ich schreib dir mal auf, ich schreib dir mal auf, ja, weil dann, das ist echt gut Wenn die Hux steht, dann kann man doch erstmal vernünftig so... Normal, weil dann ist mir echt die Idee von mir mit dem, weißt du, weil der Bartolo Hatten wir uns auch schon überlegt, einen geheimen Brief von Bartolo an Rosina zu schreiben, weißt du Der existiert ja auch gar nicht am Stück Ich bin richtig gespannt, wo er dann die ganzen wahren Gefühle von sich mit Rosina auf dem Bart und sie freigibt, sozusagen in dem Brief, weißt du Ja Weil er erkennt, dass seine Gefühle für sie da sind, aber nicht von ihr zu ihr, weißt du, nur von ihm eben, sozusagen Ja, weil ich jetzt auch mit dem Murtager angefangen habe Malzeit! Malzeit! Und wie sieht's aus? Ja, gut Ja, wir verbinden hier gerade, ne? Ist der Film mit eingeschränkt? Aha Und das ist ein Beispiel Hast du oder ein oder 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 Irgendwie einmal kurz was laufen lassen. Lass es knacken. Hab schon wieder in die Kamera. Sag mal los hier. Wuhuuu. 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 Hier kommt ein lang unterdrückter Schrei. Ich bin frei. Wer hätte das gedacht? Nach dieser langen Zeit. Ich bin bereit. Stopp. Bleib kurz stehen. Warte kurz. Sammle Kraft und starte durch. Zeige der Welt und vor allem. Selbst ist die Licht, was mich hält. Ich kann keine Furcht. So. Oh.